So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses, der Dicke, eine neue Folge Pokémon GO. Heute ist Dienstag, brandaktuell, gestern Abend am Montag ist schon wieder neues Event angekündigt worden, aber das muss ja irgendwann nicht sein, weil am Wochenende ist es schon wieder soweit. Bisher gab es noch nichts dazu, es gab auch noch zwei andere Dinge vom 18. August, aber da gibt es nichts weiter drüber, wir wollen es nur mal ganz kurz erwähnen. Hier gab es nämlich drei Artikel, etwas Großes steht an in Pokémon GO, da geht es wohl um die Döna-Max-Versionen der Pokémon oder die Giga-Döna-Max, da gibt es hier so einen Clip, den könnt ihr euch selber angucken. Dann etwas Hungriges erscheint in Pokémon GO, da geht es hier um Morpeko, der ist ja süß, aber der ist auch so böse, der ist wie Jonas ungefähr, früh so, dann wenn er was zu essen will, sieht er so aus, obwohl das könnte auch Sandra sein, was ich jetzt aber möchte, weil dazu gibt es noch keine genauen Infos, und wenn es genaue Infos gibt, dann kann man ja was drüber machen, anstatt ganz groß Morpeko erscheint, dann 10 Minuten Video machen und 10 Sekunden von erwähnen, also bald, aber ich habe ein anderes Thema, so ungefähr, das mache ich nicht, ich mache das, weil hier gibt es einen Artikel, globale Herausforderung während des Events Vereinder Triumph, es war ja schon angekündigt, dass Vereinder Triumph Event am Wochenende dann kommt, beziehungsweise eine Woche lang, also Samstag, der 24. August, 0 Uhr bis Samstag, der 31. August, 8.59 Uhr, was für eine komische Zeit, ihr seht wieder die drei Team-Maskottchen, die es mal gab, also Elekid, Lapras und Ponita, jeweils mit einem Kostüm, wobei man das bei Elekid natürlich am wenigsten erkannt hat, wer so ein Elekid dann in Schein im Beutel hatte, das hast du überhaupt gar nicht bemerkt, dass der ein Abzeichen trägt, beziehungsweise einen Sticker auf der Pfote hat, beim Ponita siehst du schön das Halstuch, das finde ich auch am besten gemacht, bei Labras diese Schleife oder dieses Haarband, was nicht mal, es hat ja nicht mal Haare, auf der Glatze am Ohr dann hier so ein Fleck, finde ich auch nicht sonderlich schön, Ponita gefällt mir bei den Dingern am besten. Ja, Labras war nicht entwickelbar, Ponita hatte eine Entwicklung, Elekid hatte gleich zwei Entwicklungen noch hinterher, das war sowieso dann das Coolste und Heftigste, aber man hat es halt nicht so erkannt, außer beim Elevoltec, wenn er es schön oben als Armbinde getragen hat. Die Dinger waren einmalig damals da, man konnte die entweder in Shiny bekommen oder eben nicht, die meisten haben sie eben nicht bekommen in Shiny oder haben sie gar und ganz und gar verpasst, jetzt kommen die zurück, aber wie, wo, was, globale Herausforderung, wisst ihr ja, dass alle Trainer auf der Welt zusammen irgendwas machen müssen, um dann einen Bonus zu kriegen. Während des Events, Verein der Triumph, finden globale Herausforderungen statt, wenn ihr gemeinsam mit Trainern aus aller Welt diese bewältigt, werden Boni für die gesamte Community freigeschalten. Sobald eine Herausforderung abgeschlossen ist, werden besondere Boni und eine befristete Forschung für den Rest des Events verfügbar. Außerdem beginnt die nächste globale Herausforderung, lasst euch dieses Event also nicht entgehen, um die befristete Forschung abzuschließen und die Belohnungen zu erhalten. Wie läuft das nicht gleichzeitig, dass Team Rot, Team Blau und Team Gelb jeweils ihre Sachen erfüllen müssen, um den Boni freizuschalten? Müssen erst die Roten ihr Ziel erreichen? Und dann? Wahrscheinlich ist das gar nicht so. Das ist bestimmt schon wieder ganz anders. Das heißt nicht, dass alle, die rot sind, bei denen zählen die Rockets und bei allen anderen zählen die Rockets nicht, sondern alle gemeinsam müssen Rockets machen, um die rote Forschung freizuschalten, die aber dann auch nicht nur die roten kriegen, sondern die dann trotzdem jeder kriegt, aber in der ist dann eben Bonita drin versteckt, so ungefähr. So muss das sein. Wäre ja auch Quatsch ansonsten, aber die kommen wohl nacheinander. Also, globale Herausforderung, Wagemut besiegt 75 Millionen Mitglieder von Team Go Rocket. Gerade jetzt, wo die das gedrosselt haben und man nur noch 160 pro Tag machen darf und man gebannt wird, sagen sie, macht jetzt mal 75 Millionen. Bonus während der Herausforderung, natürlich erscheint Team Go Rocket häufiger bei Pokestops und in Ballons. Wir haben ja jetzt eine Übernahme gehabt, da kennt ihr das sicherlich noch. Jetzt Frustration verlieren ging noch in dem WM-Event. Jetzt ist beides dann weg, aber die Vermehrtheit kommt zurück. Wenn wir das Ding schaffen, gibt es eine besondere befristete Forschung rund um Team Wagemut, bei der ihr einem Bonita mit Accessoire im Stil von Candela begegnet. Es gibt doppelte EP für das Drehen von Pokestops und die globale Herausforderung Intuition beginnt. Ach so, also da hält... Ach so, ja, die Intuition ist ja das Gelbe. Das heißt, das ist ja schon wieder fies. Die Roten sind zuerst dran, der rote Boni gilt dann also die meiste Zeit, weil der ja auch aktiv ist, während die anderen dann erst noch ihre anderen Sachen zankramen müssen. Wieso beginnt Rot, das verstehe ich nicht. Ich will, dass Gelbe beginnt. Ich bin Nazi, guck, ich sing, sage ich Gelb. Eigentlich müsste Blau beginnen, weil Blau damals beim allerersten Go-Face das meiste Ding gerissen hat und die immer an erster Stelle kamen. Und Gelb halt ganz hinten. Das müssen aber die Gelben machen. Globale Herausforderung Intuition. Brütet 20 Millionen Eier aus. Da muss ich sagen, da wird von mir gefühlt nichts kommen. Ich nutze nur die unendliche Brutmaschine. Also ich werde nicht viel dazu beitragen. Da werden es schon mehr Rocketrübel bei mir sein als gebrütete Eier. Auch hier nach 20 Millionen Eiern. Ne, erstmal ist die Schlüpfdistanz halbiert. Also ein 2 Kilometer Ei braucht nur 1 Kilometer. Das wird richtig brutal. Und 7 Kilometer Eier, wenn ich das schon wieder lese. Besondere Pokémon aus 7 Kilometer Eiern. Das heißt, da werde ich auch nichts mit zu tun haben. 7 Kilometer Eier brüte ich so gut wie nie, weil ich da einfach nicht rankomme. Ich mache meine Geschenke immer abends, kurz bevor ich ins Bett gehe, damit ich sehe, wer hat mit wem interagiert, wo kann ich jetzt noch öffnen. In dem Moment habe ich aber keinen Eierplatz. Es ist unmöglich für mich gefühlt, 7 Kilometer Eier aufzunehmen, vor allem da ich ja auch nicht wirklich aktiv brüte und nichts großartig mache. Schmeiße ich alle Geschenke auf und dann kriege ich eben keine 7 Kilometer Eier. Slimer mit Partyhut, Schneckmak, Bummels mit Visor, Leufeo, Koalelu und Togedemaru. Hm. Da ist doch jetzt nicht wirklich was Nützliches dabei. Oder hat Schneckmak nicht noch eine Megaentwicklung? Oder bin ich jetzt komplett behindert? Ich weiß es nicht. Slimer mit Partyhut ist auf jeden Fall cool, aber ansonsten brauchst du die aus 7 Kilometer Eiern schlüpfend. Und finde ich jetzt auch nicht so. Belohnung dann, wenn du das ganze Ding geschafft hast, eine befristete Forschung rund um Team Intuition, bei der ihr dem Elekit begegnet, mit Accessoire, im Stil von Spark, aber eigentlich bräuchtet ihr ja 3, wenn ihr perfekt sein wollt. Also das ist fast unmöglich. Ihr hättet die Chance jetzt auf ein zweites. Wann kommt das dritte? Keine Ahnung. Doppelter Staub fürs Ausbrüten von Eiern. Ja. Und die Weisheit-Herausforderung beginnt. Die ist nämlich dann die letzte. Und da müsst ihr bei Team Blau, bei Weisheit, müsst ihr 35 Millionen Feldforschungen abschließen. Es sind besondere Event-Feldforschungsaufgaben verfügbar. Da kriegt ihr aus den Feldforschungen Feurigel, Tarnel, Galabaflos, Flapterix, Bicolente, Emolga, Zabladin, Viscora, Krabox und Swips. Also irgendwie lauter Zeug, was jetzt in letzter Zeit dran war. Feurigel hatte doch erst sein Classic Sea Day irgendwann mal, oder nicht? Weiß ich nicht. Tarnel hatte jetzt sein Classic Sea Day. Galabaflos, Flapterix, die waren jetzt erst in einem, Abenteuer-Wochen-Event da. Picolente, Emolga, Krabox, waren doch jetzt erst zu den Go-Fest-Dingern da. Zabladin hatte sein Sea Day-Zweeps, ist neu eingeführt, gibt es eben noch nicht als Shiny, die anderen als Shiny. Finde ich hier Tarnel wieder mal am coolsten, am besten, am spektakulärsten, aber kriegst du halt wieder nur aus Feldforschungen. Was ist denn mit wilden Pokémon? Nix oder was? Wenn ihr auf jeden Fall Team Weisheit abschließt, bekommt ihr eine Forschung, bei dem ihr dann Labras begegnet, mit Accessoire, im Stil von Blanche, und zwei garantierte XL Bonbons für das Entwickeln von Pokémon. Gab es sowas schon mal, oder ist das wieder ein Fehler, ein Übersetzungsfehler? Ich meine, ich weiß, wenn man ein Pokémon entwickelt, kriegt man automatisch ein Bonbon für das Pokémon. nochmal. Aber dass man zwei Bonbons dann kriegt, wäre ein Bonus, aber dass man statt einem normalen zwei XL kriegt, das gibt es doch eigentlich gar nicht. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Obwohl, ich kann mir auch nicht vorstellen, was die Katzen da gerade machen. Ja gut, Adi muss eh heute zum Herzultraschall, der muss jetzt nochmal die Sau rauslassen. Was gibt es aber sonst noch? Es gibt natürlich wieder eine kostenpflichtige, befristete Forschung, also da gibt es wieder ein Ticket, was man verschenken kann. Hier für 5 US-Dollar gibt es dann unter anderem zwei Premium-Kampfpässe. Wow, da wäre ich ja sehr interessiert dran. Ein Rocket-Radar, eine super Brutmaschine, ein Log-Modul, Begegnungen mit von den Teamleitern, inspirierten, kostümierten Pokémon und mehr. Also wenn ich das kriege, versuche ich das wieder für euch zu lösen, dass ihr zugucken könnt, wie sich die Katzen gegenseitig... Pokéstop-Showcases das gibt es auch wieder. Ist ja wieder ein Wochenende, ist ja klar. Also es gibt Pokéstop-Showcases dann wahrscheinlich Samstag auf Sonntag und wieder Montag auf Dienstag. Also kann man wieder zweimal machen. Übrigens dachte ich, dass jetzt Showcase mit Tarnel kommt, weil ja der C-Day war. Nein, sie machen Showcase mit Kampf-Pokémon. Wie auch immer das reinpasst, keine Ahnung. Im Webstore gibt es wieder was, aber das... Da möchte ich gar nicht drüber reden. Wenn ihr den Webstore nutzt, guckt ihr ja da eh regelmäßig rein. Also ich finde, die Idee dahinter ist ganz cool, dass alle so zusammenarbeiten müssen, und man immer so einen Fortschritt dann sieht und dass man dann immer auch was kriegt. Aber ich bin immer ein Freund von wilden Pokémon. Das heißt, in einem Event gibt es eigentlich nichts wild. Was erscheint denn dann wild überhaupt? Vielleicht sind da auch krasse Spawns, von denen wir nichts wissen. Aber ihr müsst Eier brüten? Mach ich nicht. Ihr müsst Feldforschungsaufgaben machen? Das ist auch wieder kompliziert. Weiß ja gar nicht, was drin ist. Musst dich ja wieder drei Stunden belesen, damit du weißt, was ist denn da drin? Behalte ich die? Behalte ich die nicht? Löse ich die? Löse ich die nicht? Ich pushe auch nicht zehnmal ein Pokémon und dann kriege ich hier nur ein Honlio raus, wenn ich ein Raupi wollte oder so. Die Team Rocket-Dinger sind wahrscheinlich noch das Vernünftigste, weil Krypto-Pokémon ging gefühlt immer. Was sagt ihr dazu? Wie findet ihr das Event? Habt ihr Bock? Welches Pokémon findet ihr am coolsten? Wie gesagt, ich finde, Ponida sieht am chilligsten aus. So auf dem Bild. Aber EleVoltec wäre für mich dann das Coolste, wenn man es fertig entwickelt hat. Egal ob mit Bandana oder ohne oder mit Abzeichen oder ohne. Das war's. Peace out for Haut. Euer Ramses. Das war der Dienstag. Wir sehen uns irgendwann am Mittwoch wieder. Mittwoch müsste eigentlich Raider Mittwoch kommen, aber Mittwoch ist auch Raid Boss Wechsel. Was ist euch lieber? Mittwoch Raider Mittwoch oder Mittwoch Raid Boss Wechsel und Raider Mittwoch Donnerstag? Schreibt es mir in die Kommentare. Peace out for Haut. Euer Ramses.